Na, hallo! Willkommen zu einer neuen Folge. So, wir wollen wieder in den Solo-Player rein. Wow. Hm, wollen wir das spielen? Ach, das ist wieder so schwierig, ne? Komm, wir spielen die Mäppchen. Schauen wir uns das mal an, wie das jetzt aussieht. Also hier sieht man ein bisschen mehr Piraten. Cursor macht hier auch kleine Schwerter. Sehr interessant. Hier oben ist ein Totenkopf. Und haben sich die Leute schon was einfallen lassen? Ready? Ja, wir probieren's einfach. Okay, sieht ganz gut aus. Okay. Sieht ganz gut aus bis jetzt für uns hier. Ich hätte es gesagt und jetzt läuft's nicht mehr. Hm, da müssen wir uns echt noch mehr anstrengen, damit das funktioniert. Okay, Haken, haben wir, dass wir weiterspielen können? Hmm. Hmm. Weiterspielen dürfen wir auf jeden Fall. Also diese vier, die hat's mir echt angetan. Die hab ich jetzt in dem ganzen Licht getroffen. Hier auch wieder, die vier. Seht ihr das? C. Wollen wir's nochmal probieren? Wir probieren's nochmal. Also 104 war unser Bestes, was wir an Score zusammen hatten. Und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt zusammen kriegen. Also hier oben startet es der Balken wieder. Ready? Nein, ich weiß nicht. Gut, wir dürfen schon mal weiterspielen. gut, 79 haben wir schon mal zusammen. Go Sabrina, go! Diese blöde vier, ne? Also die ist nicht meins. Von den Noten. But da ist nicht meins. Also ihr könnt es vergessen, ich schaffe dieses Lied nicht besser als ein C. Nee, 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 nee. Das ist nicht mein Lied. Habt ihr jetzt gerade gemerkt, also. Ja, ich bin halt zu blöd, aber die Map ist halt gut. Und so, wir waren dann für heute, für dieses Video sind wir fertig. Also ihr habt gesehen, ich bin ja einfach zu schlecht, um diese Map weiterzuspielen. Und wir sehen uns dann natürlich auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Lasst mir doch wieder einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Ich freue mich wie immer sehr. Und dann heißt es, wie immer, wenn wir Usu beenden, see you next time.